und dann natürlich hier wieder die tür die ein eigenleben hat was mich ziemlich belastet muss ich sagen während ich während ich versuche dieses ding zu hantieren weil es immer irgendwo rum scheppert warum macht die dem onkel so viel gaudi denkt ihr das ist doch eine normale vitrine ja der aufmerksame beobachter hat aber festgestellt dass die zunge draußen ist ja ist das großartig ich finde das super aber ich habe spaß ich bin das hier seht ihr noch mal alle da droid teil teil fighter advanced und noch ein teil und hier oben seht ihr auch seine freundin habe ich auch habe ich auch gesehen größte also das meiste davon den bestimmt auch irgendwo und die lichter nach innen einklappen oder abreißen je nachdem die hinte ist hoch den jab ist abgerissen oder eingeklappt ich mache alles kaputt und übrigens jetzt kommt es ist ein geheimnis verratet es aber keinen und hier liebe lego anwälte ich weiß ihr müsst zugucken es tut mir leid kinder mögen züge auch der obault der obfügel die obach die obach Obacht geben.